Bagdad im heutigen Irak wurde im 8. Jahrhundert an einer wichtigen Handelsroute zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris erbaut. Die Metropole wurde vermutlich als runde Stadt geplant. Sämtliche Viertel waren auf einem ringförmigen Grundriss angeordnet und alle Straßen führten zum Zentrum, auf einem großen Platz, wo der Herrscherpalast und die zentrale Moschee lagen. Schnell wuchs Bagdad über seine Grenzmauern hinaus. Um 800 n. Chr. war die Stadt mit nahezu einer Million Menschen eine der größten der Welt. Ein Magnet für Spezialisten und Forscher aus den entferntesten Ländern. Ein Hort für Erfindungen und Gelehrsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020